So, wir sind wieder am Stand von Huglou. Huglou ist in seinem Auge, auch hier vom Rückser-Macher. Der Ejector hat er gehört, und dann geht es nicht. Eine sehr schöne Einsteiger-Waffe von Jungjäger. Die Preis-Leistung ist sicher etwas von geiler Aktien. Flort schön ab. Wir kriegen Spare-Parts dazu, also ist auch Flicken nie ein Problem. Jetzt muss man auf einmal schauen, dass man das auf der Box kriegt. Absolut geil. Für einen Preis, den wir ca. 100 Franken mehr setzen werden. Das gleiche gibt es noch in Aluminium. Ein bisschen spottlicher. Ja, mit Ejector. Erst mal, vier, 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 vier. So, in der Hübsch rauf! Dann haben wir noch den Kiesel-N является einen Kiesel-Bloßmach. Dann nehmen wir nun diesen Kiesel-Bloß-Bloß. Dann haben wir noch einen Kiesel-Bloß. Dann nehmen wir noch einen Kiesel-Bloß. Dann nehmen wir noch einen Kiesel-Bloß. Schöner Holz. Schöne Gravings. Der Trigger ist extrem. Jetzt schaut es wirklich schön. Tag, Schlag Eis. Geht zurück. Fast wie Reset. Wunderbar. Schöner Schlag, starker Schlag. Wie geht's dir? Vielen Dank, willkommen. Es ist schön, hier wieder zu Google zu sein. Ich habe den Trinken und dein neues Produkt. Wir sind sehr interessiert. Du lief? Ja. Wunderbar. 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 Wunderbar, Wunderbar. Um Die Stokes kommen, zum Beispiel von 400 bis 500 Jahre altes Wollmuss und produzieren sie von der Grund, von der Grund, von der Grund, von der Grund von der Wollmuss. Auch die Rohm-Materialien ist so viel wert und wertvoll. Deswegen sind wir sehr viel wert, aber wir haben die gleiche Qualität, auch in der Premium-Bruns und so weiter. Und das ist für unsere Kunden. Sie denken, dass es jetzt 20.000 Dollar oder so weitergeht. Die Normale beginnt mit dieser Stoke. Sie gehen sehr hoch. Also, was ist ein Schuss wie das oder ein Schuss wie das? Für die Enders, für die WTL-A-Prize, ich denke, es wird ungefähr mehr als 10.000 Dollar. Also, für eine pure Hand-Made Schuss, du kannst dir ein Schuss oder ein Schuss für die nächste Generation. Für die nächsten Generation, das ist die Generation. Ja, das ist die Generation. Ich bin wirklich sehr interessiert über diese Stoke. Ich mag es. Es ist wirklich speziell, es ist nicht so standard. Ja, ich kann Ihnen sehr kleine Dinge geben. Aber wir sind die Türke. Ansonsten wir, der wir zusammenfassende, wir sind Türke. Vor der Türkei, unser Empyreis war der Ottoman. Before der Ottoman Empire, wir sind 8000 Jahre vor dem, vor dem Selçuk Empire ist, und unser Inder Kaunier war der Konya. Und diese Motiven, diese Engravinge, die kommt aus dem Empire. Sie benutzen diesen Design in jedem Ort. Paläste, Kamer, Sunrise. Diese Design kommt aus unserer Geschichte. Und ich denke, es ist wirklich modern. Für mich, das wäre mein Lieblings. Und wir haben viele verschiedene Engravingen. Aber wir können nicht alle. Ja, natürlich. Es war auch ein Freude, hier wieder zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bye. Vielen Dank.